Grüß Gott und Hallo! Mein Name ist Dr. Christoph Metzler. Ich bin niedergelassener Kind- und Jugendarzt. Hier in meinen Räumen begrüße ich Sie. Es geht um das Thema Tablettenvergiftung. Die Tablettenvergiftung gehört zu den häufigsten Vergiftungsunfällen im Säuglings- und im Kleinkindalter und deshalb ist es wichtig, dass Sie die wichtigsten Informationen darüber von mir bekommen. Kleine Kinder halten Tabletten für kleine Bonbons. Außerdem klitzern die Packungen und sie knistern so interessant, so dass wenn Kinder Tabletten in die Hand bekommen, sie damit rechnen müssen, dass sie irgendwann auch einmal im Mund landen. Die häufigsten Tabletten, die verschluckt werden, sind die Tabletten, die man regelmäßig benutzt. Im Kleinkindalter, im Säuglingsalter, sind es die Vitamin D oder die Fluor-Tabletten oder die Kombi-Tablette. Es ist die Pille, die die Mutter nimmt. Es sind die regelmäßigen Medikamente, die Erwachsene nehmen müssen, allen voran Herzmedikamente, Hormone wie die Schilddrüsen, Hormontablette. Das Problem dieser regelmäßig genommenen Medikamente ist, der Einfachheit halber legt man sie irgendwo ab, wo sie leicht erreichbar sind. Leicht erreichbar bedeutet in der Regel auch für die Kinder leicht erreichbar. Wie müssen sie reagieren, wenn sie bemerken, dass ihr Kind eine Tablette verschluckt hat? Sie müssen sofort reagieren. Sie dürfen keine Zeit verlieren. Sie rufen entweder ihren Arzt an oder eine Vergiftungszentrale. Sie können dieses Video dazu benutzen, sich Gedanken zu machen, welche Vergiftungszentrale für sie zuständig ist. In Deutschland besitzt jedes Bundesland eine Vergiftungszentrale, die meistens mit der Endnummer 1924 0 zu erreichen ist. In Baden-Württemberg ist zum Beispiel die Vergiftungszentrale in der Uni Freiburg unter der Nummer 0761 1924 0 zu erreichen. Oder in Berlin die 030 1924 0. Also sie reagieren sofort, sie rufen an. Wenn sie anrufen, werden vier Informationen von ihnen abgefragt. Erstens, was ihr Kind genommen hat. Entweder sie nennen den Namen oder den Wirkstoff und auch die Zahl, die dahinter steht. Das ist nämlich meistens eine Dosisangabe. Zweitens, wann es diese Tabletten vermutlich genommen hat. Drittens, wie alt ihr Kind ist und viertens, wie schwer es ist. Auf diese Weise kann man die Gefährlichkeit einschätzen und ihnen dann sofort sagen, was zu tun ist. Die Therapie ist unterschiedlich, je nachdem, was passieren kann. Oftmals genügt es, auf das Kind aufzupassen. Eine stationäre Überwachung ist manchmal erforderlich. Manchmal muss man den Magen auspumpeln. Manchmal muss man ein Gegengift geben. Und manchmal muss man ihnen einfach sagen, mit welchen Reaktionen sie rechnen müssen, dass sie nicht unnötig erschrecken. Auf jeden Fall sollten sie eine Tabletteningestion, so nennt man das, wenn man Tabletten verschluckt, niemals unterschätzen und immer sofort um Rat fragen. Ein Tipp von mir. Zu Hause sollten sie prüfen, wo sie ihre Medikamente lagern. Am besten in einem abschließbaren Medikamentenschrank. Auf jeden Fall für Kinder unerreichbar. Zu Hause hat man das relativ gut im Griff. Das Problem ist, wenn man irgendwo zu Besuch ist, insbesondere bei den Großeltern oder bei älteren Menschen. Die Wahrscheinlichkeit, dass diese Menschen regelmäßig Medikamente einnehmen, ist relativ groß. Oft verpacken sie sie in solchen Tages- oder Wochendispensern. Das ist besonders gefährlich. Wenn sie also da sind, zu Besuch, wäre es sinnvoll, weil sie machen erstmal einen kleinen Rundgang, einen sogenannten Kontrollblick und schauen, dass ihr Kind nicht an Tabletten gelangen kann. Ein kleiner Drost zum Schluss. Meistens passiert nichts Ernsthaftes, vor allem wenn sie rechtzeitig reagieren. Aber es ist besser vorzubeugen. Der morgendliche, steife Hals von Kindern. Ein Phänomen, was bei mir in der Sprechstunde etwa einmal im Monat vorkommt. Eine Mutter ruft an, ganz besorgt, ganz zu Beginn der Sprechstunde und sagt, mein Kind bewegt den Kopf nicht mehr. Fieberkrämpfe. Fieberkrämpfe machen unheimlich Angst. Diese Angst möchte ich Ihnen wegnehmen durch meine Informationen, durch meine Erfahrung aus der Sprechstunde. Holzspreisel oder Dornenfremdkörper oder was für Glassplitter oder was für Fremdkörper auch immer aus der Haut entferne.